Die Geschichte spielt zu einer Zeit, als das Burgtheater noch bei Österreich war. Da kommt zur Abendkasse eine eltliche, weißhaarige Dame und fragt schüchtern, Bittchen, ich war noch nie im Burgtheater. Was spielen Sie denn heute? Was ihr wollt, gnädige Frau. Wirklich? Na, dann wünsche ich mir das weiße Rösel. Humpelt also über die Bühne, kommt wieder raus. Humpelt über die Bühne, kommt wieder raus. Da hört man es von unten. Hop auf, Hatscher, der letzte Runde. Sie sitzen hinter diesem Tisch. Der Tisch, passen Sie mal auf, der Tisch trennt Sie gewissermaßen von uns. Sie müssen sich vorstellen, der Tisch macht Sie unnahbar. Der Tisch ist in der An-sich-Situation des Geschehens sozusagen im So-sein transveabel eingebettet. Der Tisch symbolisiert gewissermaßen darauf, Eddhofer, bitte sorgen Sie seinen Tisch. Vor einer Probe kam einmal der sensible Dietrich Fischer-Diskau zum Dirigenten Otto Klemperer und meinte eigensinnig, also, ich habe heute Nacht geträumt. Und da ist mir der Bach erschienen. Und er hat mir gesagt, ich soll die Tempi im zweiten Akt breiter singen. Na ja, gut, dann singen Sie es halt breiter, knurrte der Klemperer wieder willig. Am nächsten Tag vor der Probe hielt Klemperer den in seine Garderobe eilenden Sänger auf. Hören Sie mal, Fischer, mir ist heute Nacht auch der Bach erschienen. Wissen Sie, was der mir gesagt hat? Der kennt Sie gar nicht. Er klopfte an, herein, machte mit gesenktem Kopf die Türe auf und sagte, Frau Degelscher, nein, Schuld, Entschuldigung. Ben Yusuf war ein Türkensohn, berühmt für seinen Bariton. Er liebt die Sklavin Mascha im Harem eines Pasha. Der Pasha wieder war Tenor, weshalb er Maschas Lieb verlor, denn so eine Naufe liebt stets beim Mann das Tiefe. Einst lag sie auf dem Sofa schon, da hört sie Yusufs Bariton. Mit Mut, mit Wunderbarem schlich er sich in den Harem. Er wusste, sie liebte Bariton drum, weil sie auf dem Sofa schon und weil er dacht, sie schliefe, ging er gleich in die Tiefe. Der Pasha fing den Yusuf ein und hat benommen sich gemein. Der Yusuf muss mit Qualen sein Liebesglück bezahlen. Der Yusuf ist jetzt matt und müd, zwar singt er auch noch heut sein Lied, doch, wie mir sagt ein Späherr um zwei Oktaven höher, es sieht schon aus. Der Psoffener stößt wieder am Polizisten zum Entschuldigen Sie, Enspektor, Prosit, nein, ja, bitte, es ist Mai. Ui, da wird meine Frau schimpfen. Du hättest nicht sterben dürfen. Warum, oh Gott, hast du gerade ihn zu dir geholt. Du hättest nicht sterben dürfen. So ein schwerer Verlust, der sie hat getroffen, sagt der Besucher. Man beobachtet sie ja schon seit Jahren hier, deshalb verzeihen Sie, wann ich frage, wer hätt nicht sterben dürfen. Da dreht sich der Klagende um und presst mit Tränen erstickter Stimme hervor. Der erste Mann von meiner Frau. David Feinstein liegt in den letzten Zügen. Da flüstert er plötzlich seiner Frau zu. Rosi, zieh an dein Seidenkleid. Nimm die schöne Brosche und deine Ohrringerln und die Perlenkette. Aber du, Wittel, mein Geliebter, schluchzt die Frau, gerade in so einem Moment. Gerade in so einem, flüstert der Sterbende. Weißt du, gleich wird kommender Tod. Und es kann doch sein. Vielleicht gefallst du ihm besser. Wann in Wern ein Talent anfahren lässt, ist ein Künstler. Wann in Wern ein Künstler anfahren lässt, ist Kunst. Wann in Wern die Kunst anfahren lässt, ist Kultur. Darum geht auch immer der Wind in der Kulturstadt. Verehrter Herr Redakteur, ich sitze am stillsten Ort meiner Wohnung und habe Ihre Kritik vor mir. Bald werde ich sie hinter mir haben. Ergebenst. Aber sonst wird gesagt, alles in Ordnung, lustig. Dann kann man eh nichts sagen. Weil es ja wirklich leih war, da habe ich mich eh fast angewischert. Wollte ich dir nur sagen, nichts für ungut, Herr Knasteneck, habe ich die Ehre. Da weiß man, wofür man spielt. Applaus